Ja, jetzt bin ich hier auf der A7 Richtung Elbtunnel, Richtung Norden, Kiel, Husam und Flensburg. So schaut das hier aus, hier vorne. Viele Gebotsschilder, falls mal ein LKW zu hoch ist als 4 Meter, wird gleich die Höhenkontrolle ausgelöst und alles geht auf Rot hier. Und dann haben wir wieder einen Stau von 10 bis 15 Kilometer. Ja, seht ihr mal, so ist das hier. Ich weiß nicht, ob schon einer mal in Hamburg war, aber naja, vielleicht interessiert euch das ja. Okay, jetzt geht es gleich in den Tunnel, dann wird es duster und dann können wir wenig sehen. Das ist sowieso heute wieder so ein trüber Tag. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Alles Liebe, alles Gute, viele Grüße, macht's gut, bleibt schön gesund und ich sag dann mal, ciao. Woah! Woah! Untertitelung des ZDF, 2020